hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play minecraft die insel 2 und wir joinen mal den hardcore projekt laut meinen zählungen müsste das jetzt die folge 16 sein mein lieben freunde ich begrüße euch recht herzlich es ist wieder etwas zuckerrohr gefallen und die playlist ist nicht an das ist nicht gut und die minima bis an das ist nicht gut optionen verstecken verstecken und ganz kurz gibt es irgendeine playlist gibt es nicht zufügen wenn ihr das jetzt seht dann entschuldigt mich dann entschuldigt mich musik playlist so mein lieben freunde da sind wir wieder die möhren wachsen zum schmieren das ist doch nicht schwierig und hier haben wir noch ein bisschen weizen das tun wir auch vielleicht mal anziehen es kam nichts raus das ist schlecht was mir noch nicht gemacht haben fragezeichen habe ich mir da irgendwas hier aufgelistet aber ich wollte mir schilder machen bevor ich in die große pause gehe ich hab's was heißt die große pause ich hab jetzt sehr lange nicht mehr aufgenommen wollte ich davon ja hier ein schild aufstellen so bla 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 das haben wir auf jeden Fall geschafft warte mal haben wir hier irgendwo Hals warte mal haben wir hier irgendwo Hals warte mal haben wir hier irgendwo Hals Hals auch Schweinefleisch und hier ist Nächster und hier ist Nächster uh hier ist wieder etwas gewachsen boah nein zu wenig zu wenig auf jeden Fall Heuer Holz aber wir haben heute nämlich ein Tor aber ich möchte kurz diese Joke erfüllen So, und diese Fleisch und diese, sonst ist ja nix weiter, aber diese, müssen wir mit Erd und Insel noch ein bisschen vergrößern, zum späteren Anlass, da fallen schon die ersten Sätze, ne? So, jetzt drei Eichen und eine Birke, da bin ich jetzt auch noch mal sehr gespannt. So, draußen fehlt ne Werkbank, kommt jetzt mal hier hin. So, noch mal hier Schilder. Nochmal den da, da haben wir ein paar mehr, da sind auch ein paar Questen. Hier ist kein Setzling weiter. So, jetzt nehmen wir das Holz. Nehmen wir das Fichtenholz. Wir machen hier ne kleine Tafel hin. Kann ja wohl hier sein. So. Nein. So. Die ganzen Strei hoch. Machen wir uns hier so ne Tafel hin. So. So. Das ist auch mit einem Abstand da. Dazu. Das ist gut. Dann gucken wir mal hier die einzelnen Questen durch. Das sind jetzt acht Felder. Da muss man glaube ich noch einen oben drauf legen. Ja. Nimm das doch. So. So. Das geht ja noch nicht. Das geht erst nach der 1,9. Ich hab mich schon das an die 1,9 gelöhnt. Ich bin ja hier in der 1,8. So soll das sein. Hier oben schwer zu erkennen. Äh da. 1,8. Das müssten jetzt. 12 Seiten. 3 x 4 sind 12. Genau. So. Quest 1 haben wir ja geschafft. Die hieß. Äh. Werbbar. Ich schreib einfach. Quest 1. Abgeschlossen. Quest 1 abgeschlossen. 2. Versuche. Das haben wir auch gemacht. Da kann ich mich schwer erinnern. Quest 3. Du denkst das du noch lange auf der Insel bleiben wirst dann durch sein Feld anzulegen. So eine Wasserquelle. Das haben wir gemacht. Feldbewässern. Das wäre genau. Und die unendliche Quelle auf der Insel. Da muss ich noch mal gucken. Weil das geht ja noch zu Quest 3 zu. Da haben wir nämlich. Da haben wir nämlich. Auch noch nicht alles geschafft. Und der Brunnen nämlich noch nicht fertig ist. Was denn? Uns fehlt ja nicht ein Eimer. Da müssen wir dann nämlich noch mal auf Wassersuche gehen. Das heißt wir schreiben erstmal Quest 2. Quest 2. So. Abgeschlossen. Und Quest 3. Ähm. Unendlich. Wasser. Und dann. Tue ich jetzt mal einschreiben. dass ich mich daran erinnere. So. Dann. Oh. Quest 4. Ähm. Was hast du von einem Umkunft zu bauen? Ja. Klasse. Philipp Bein. Und dann mal. Bau Stein ab. Brauchst ein Haus aus Holz. Ja. Und Stein. Ja. Das haben wir gemacht. Brauchst einen Ofen haben wir gemacht. Bau Sand ab. Haben auch gemacht. Klaus haben wir auch schon eingefügt. Gestellte Fenster. Und dann Haus. Guckt. Am meisten mal. Also Quest 4 abgeschlossen. Quest 4. Abgeschlossen. Dann. Für alle die es nicht wissen. Die Folge können auch etwas länger werden. Weil wenn ich das Buch gucke. Er sitzt ja oben an den Wolken. Der ist gerade oben am Rand. Jetzt blickt er sich wieder. Jetzt gucke ich wieder ans Buch. Jetzt bleibt es wieder stehen. Also die Zeit bleibt wie gesagt stehen. Ist der Opa spielt schon gut rausgefunden. Ich muss das vorher auch noch nicht. Gut zu wissen. Quest 5. Ein Bett wäre jetzt genau das richtige. Genau das haben wir ja. Ein Bett haben wir ja schon. Drei Schafe. Haben auch drei davon getötet. Wir haben Eisenerz gefunden. Wir haben eine Schere geschmiedet. Eine Schere besitzt. Kannst du dich mit dieser austoben. Eine Schere. Eine Schere. Eine Schere. Eine Schere. Eine Schere. Haben wir eine Schere. Die müsste ja wenn dann. In irgendeiner Truhe hier drin herum oxidieren. Hier ist keiner. Ist auch keiner. Da ist eine Schere. Da ist eine Schere. Da ist eine Schere. Okay. Hier ist auch noch andere Staff drin. Ja und hier sind die Ersatzbücher drin. Also eine Schere. Hammer. Das bedeutet. Diese Quest ist auch abgeschlossen. Nein. Es wird immer weniger Weizen. Immer weniger. Wir sind eigentlich gleich hier. Ops oder? Mit den Bäumen nachpflanzen. So. Jetzt. 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 So. Zwei Mission zwischen den Fackeln. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. Birkel. Dort hin. Genau. Das kann ich da rein. Quest 5 war mal, genau, Quest 5 abgeschlossene Schilder, hier, Quest 5 abgeschlossene. So, Quest 6, Abenteuer, Stein und Rohstoffe sind gerade knapp, eine Miete ist auch nicht in Reichweite, dann begebe ich mich aus, aber ins Komplex ist auf eine Erkundung der Welt und auf eine geeignete Höhle, für eine Höhlen-Tor, das haben wir getan, vergesst dabei nicht, das ist nur auf der Hauptwelt, du nächtigen kannst, das haben wir auch getan, Höhlen-Tor haben wir gemacht, bringen wir zwei neue Baumarten mit auf die Insel, haben wir nicht getan, wir haben nur eine mitgebracht, Quest 6, plus eine Baumart, in Klammern, schwarze Eiche, da wissen wir wenigstens wo die ist, ich glaube diese Akazien-Setzlinge haben wir ja schon, Beziehungsweise ist die erste Baumart die Fichte gewesen, die zweite war eben die schwarze Eiche dort hinten, und die Akazien waren glaube ich in die Richtung, ob eigentlich auch was mitbringen können, na gut, Quest 7, Intelligenz, du hast keine Zeit mehr, du führst dich schnell, es wird Zeit ein wenig Power-Inventar zu bringen, Steinen-Steiner-Uhr, Steinen-Kompass her, Uhr-Kompass, draußen ist es nicht drin, hier ist es auch nicht, Wir haben keinen Redstone, Redstone haben wir nicht, oder? Also würde ich was schnell machen, weil, da haben wir ja, oder? Redstone, nee, Redstone haben wir, nee, Gold und Eisen ist da, aber wir haben keinen roten Stein, Also, Quest, nee, andersrum, hier kommen wir sehen, Quest 7, Kompass und Uhr herstellen. So, Quest 8, Mein Freund, du verlernst langsam die Sprache, weil man lange alleine ist das, natürlich so, beginne ich auf eine Exkursion, finde ein Dorf, haben wir getan, ein Handel mit drei Dorfwohnungen, haben wir auch noch nicht getan, gib dem Dorf einen Namen, das haben wir auch noch nicht gemacht, ne, mindestens ein Smaragd mit nach Hause, stelle einen Rahmen her, lege den Smaragd als Erinnerung an den Rahmen, haben wir hier irgendwo einen Rahmen, haben wir hier irgendwo einen Smaragd, da müsste der Wendern oben liegen, oh, tut 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 tut, ist hier noch ein Smaragd drin, zwei sogar schon, aber ich weiß nicht, ob wir die abgebaut haben, ich mache mal bei Quest 8, äh, Ausführung, also, machen wir hier oben hin, Quest, Mensch, Quest 8, entlammern, oh, entlammern drauf, Fund, gefunden, passt das noch hin, gefunden, Klammer zu, geht nicht mehr, aber aufgefunden, okay, auch hier, Klammer zu, Plus Namen, Plus dreimal Handel, Upsala, Handel, Plus einen Rahmen, Plus einen Smaragd, wird das geschrieben, haben wir jetzt noch was vergessen, ich glaube nicht, klatsch, Tödelülülülü, Glücke Haupt, riskant zu schaffen, das haben wir gedacht. Quest 9 abgeschlossen So jetzt brauchen wir neue Schilder, das ist aber kein Problem. Ok noch zwei davon 20 oder noch einen machen da man sogar verlieren bei schilder braucht man immer unternehmen 24 genau das wird schilder meine stelle machen soll ich gleich unter unterzieht auf ja es zieht auf so fest sehen wir nehmen rotes danger bist du in nachtweistung sammlisch es ist eine diamantspitze kurser der mann schaufen ok fest z noch zu erledigen insel mit vorm gestalt ein haus wird zu klein vergrößert die insel bin ich noch dabei schmiede lagerhaus im brunnen ist eventuell auch nicht verkehrt genau das logischerweise ist noch zu er füllen entlammern kronen ist ist im baum da kann man so ausschreiben im baum ausserbezeiten in kronen kronen Untertitelung des ZDF, 2020